Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, diese Woche wollte ich wieder vloggen. Es wird eine spannende Woche, weil Heiligabend ist mit dabei und wir feiern auch schon am Donnerstag ein bisschen Weihnachten. Am Freitag ist was ganz, ganz Spektakuläres in Planung. Mal gucken, ob meine dann auch offiziell Schwester vielleicht sogar mit vor die Kamera möchte. Mal schauen. Und ja, genau. Ich bin jetzt hier in meinem Drehzimmer, denn ich habe eben noch ein paar Boxen gepackt. Und ja, die nehme ich gleich mit runter, weil ich gleich ganz viele Labels erstelle für die Verlosungsgeschichten. Also das ist halt immer wieder so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie ein Versandhaus hier, weil immer sehr, sehr viele Verlosungen ja auch rausgehen. Aktuell ist es ja so, dass ich auf Instagram auch jeden Tag eine Verlosung auslose und auch mache. Und da geht halt echt die Party ab. Gestern war hier ein bisschen interessante Stimmung, weil ich ja mein Buch vorgestellt habe, vergangene Verse. Also, das versteckt sich da hinten auch. Kann ich euch natürlich auch in der Infobox verlinken. Also die beiden Schätze-Lines sind jetzt auch offiziell zum Vorbestellen erhältlich im Pelletier Verlag, vergangene Verse und meine Gedanken. Also, ne? Ich bin ein bisschen stolz. Und da habe ich ja im Live euch auch ein bisschen musikalische Untermalung von dem einen oder anderen meiner Gedichte gegeben. Genau, jetzt habe ich hier gerade noch drei Boxen stehen. Einmal die Rituals-Box und zwei Look Fantastic-Boxen. Und unten habe ich schon drei selbstbefüllte Adventskalender und einen vorbefüllten Adventskalender. Und die werden dann gleich frankiert und vielleicht schon direkt DHL mitgegeben. Muss ich mal gucken. Ja, ansonsten alles aufregend und ich hoffe, die Woche wird schön. Es ist tatsächlich auch schon mittags. Also, es ist jetzt noch, also, ne? Weil ich es vorher nicht geschafft habe, hier hochzugehen, um die Kamera auch zu holen. Und, ja. Dann gucken wir mal, was heute noch so kommt. Also, es ist hier ja auch schon ein bisschen was passiert. Also, hier sind wir ein bisschen schicker unterwegs. Also, wir haben neue Möbel. Die stelle ich euch auch nochmal im Laufe des Vlogs vor. Und, ja. Alle Türen sind drin. In den meisten Fenstern haben wir jetzt auch Plissés schon. Mal gucken, ob dann heute noch oder jetzt diese Woche der Rest vom Schützenfest kommt. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Adventskalender. Ich glaube, da zeige ich euch gleich, also für euch gleich, weil das Video ist dann ja quasi in eins, ne? Im Laufe des Vlogs dann auch nochmal den Inhalt, damit ich die einfach dann auch verräumen kann. Ja, ansonsten stehen hier noch so ein paar Sachen für Videos. Da muss ich mir nachher noch ein Fullface Mac für zusammensuchen. Weil, das habe ich auch geplant. Denn diese Woche gehen auch allerhand Fullface One-Brand-Geschichten online. Also, ja, genau. So startet jetzt quasi dieser Vlog. Ein bisschen verrückt. Achso, und ich habe hier ja einen Spiegel. Da kann ich euch dann hier auch mein Outfit of the Day zeigen. Das ist übrigens, habe ich euch im letzten Vlog auch gezeigt, ne? So ein, ja, Schmink, nicht Quatsch, äh, ein Schmuckschrank. Das ist auch von Songmix tatsächlich. Und, ja, da ist auch schon ein bisschen was drin. Nach und nach kommt da mehr rein. Hier sind auch allerhand Parfums. Und, huch, hier ist ein bisschen Trash. Das muss auch noch weggemacht werden. Genau, ja, ein super entspanntes Outfit of the Day. Ich habe im Prinzip heute so einen, eigentlich möchte ich nicht unbedingt, äh, super schick aussehen Tag. Ähm, habe ich eigentlich nie wirklich. Aber gut. Chilliger Pulli von Armed Angels. Das hier ist so ein Rock, wo du halt unten drunter so ein Höschen hast von Halara. Äh, eine entspannte Leggings, Puschen, nichts Wildes, ne? Genau, und so starte ich jetzt in den Tag. Meine Haare sehen aus wie hingeklamüsert. Aber das ist nicht schlimm, weil im Prinzip brauche ich heute keine großartige Frisur oder so. So ist, glaube ich, besser, ne? Ich weiß nicht, warum. Irgendwie ist mir zum Weinen zumute. Ich fühle mich total, weiß ich nicht, verrückt. Es ist, also, weiß ich auch nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach auch so ein Stück weit so diese Erschöpfung oder dieses, nach dem Launch, dass man dann erst mal dieses, ähm, Projekt nicht mehr vor der Brust hat, ne? Zum einen hat man dadurch ja nicht dieses Ziel mehr, worauf man hinarbeitet. Zum anderen ist es dann aber auch eine Erleichterung. Aber irgendwie, ich bin total neben der Spur gerade. Und, äh, ja, habe eben noch ein Video geschnitten. Und, äh, werde jetzt gleich irgendwie was Schönes machen. Ich meine, Videoschneiden war auch was Schönes, ne? Aber irgendwas, irgendwas. Ich glaube, ich packe gleich meine Adventskalender aus von heute. Den habe ich noch gar nicht gemacht. Definitiv, wie meine Haare es verraten, muss ich gleich auch noch duschen gehen. Sam liegt schon da vorne und ist am Schlafen. Und, äh, ja. Ich weiß auch nicht. Ganz ehrlich. Also, was jetzt gerade mit mir los ist, ist das gerade so ein kleines Loch. Das ist ein bisschen komisch vom Gefühl her, bin ich ehrlich. So, ich habe mir jetzt alle, ähm, kleinen Geschenke aus meinen Adventskalendern geholt. Und, äh, ja, ich starte hier mit dem Bebeinkorf Adventskalender. 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtszeit, Leute. Das ist ja mal der Wahnsinn, oder? Ah, ja, ich hatte den ja eigentlich auch schon ausgepackt, aber ich habe ehrlich gesagt vergessen, was drin war. Von Real Techniques habe ich hier einen Miracle Cleansed Sponge. Das ist, äh, ah, das ist so ein ganz aufregender Schwang. Äh, ich meine mich zu erinnern, mit dem man auch das, upsala, mit dem man auch das Gesicht reinigen kann. Ich muss gleich noch ein Foto machen. Genau. Weil ich mache ja auf Instagram auch, äh, meine Bilder dazu. Genau, da hast du nämlich auf dieser Seite so was, äh, grobporigeres. Und auf der anderen Seite was feinporigeres. Und damit kann man auf jeden Fall schön das Gesicht reinigen. Ich weiß nicht, ob ich die grobe Seite auch nehmen würde, weil ich ja eine sehr sensible Haut habe. Und das ja schon so einen leicht peelenden Effekt hat. Hier ist es aber auf jeden Fall ganz schön, denke ich mal. Also, ne, packe ich wieder zusammen. Und packe ich schön ein, damit ich auch gleich, wie gesagt, mein Insta-Foto machen kann. Ähm, denn da, ja, habe ich euch ja auch mitgenommen, was meine Adventskalender anging. Und, ähm, ne, dann habe ich hier aus dem Pelletier-Verlag den Brief Nummer 18. Da verfolge ich aktuell ja auch Tomtes Reise. Konnte man, wie gesagt, bei Danny im Pelletier-Verlag bestellen. Nummer 18, Weihnachten in Gefahr, sechs Tage bis Weihnachten. Tomte ballte seine Hand, die von einem Handschuh verhüllt war, zu einer Faust. Das Gedicht seiner Mutter hallte in seinem Geist wieder und gab ihm die nötige Kraft, über seine Grenzen hinaus zu gehen. Er war bereit, den Honigmilchsee zu überqueren, um den Weihnachtsmann zu retten. Die Entschlossenheit in seinen Augen strahlte förmlich. Lese ich aber nicht komplett vor. Vielleicht bringt Danny das ja auch als Buch wieder raus, so wie er das ja auch von dem Adventskalender vom letzten Jahr gemacht hat. Also quasi der erste Teil, den man aber auch, ja, separat davon sehen kann, ne. Genau, dann hat mein Papa im Jahr mit seiner Frau Sabine, die kennt ihr ja auch aus dem Möbel-Höffner-Adventskalender-Unboxing, dem Dinner-for-One-Adventskalender-Geschenk, total witzig. Mainz Pies sind außerordentlich vielseitig. Man kann sie warm oder kalt zu Kaffee, Tee oder Kakao zu Glühwein, Sherry oder Sekt genießen. Im Mittelalter waren sie außer mit Honig, Nüssen und Gewürzen auch mit Fleisch gefüllt. Wahrscheinlich heißt die Füllung deshalb immer noch Mainz Meat. Und da gibt es gar ein Rezept für. Das ist so witzig, ne. Ich bin, also, ich muss dieses Set in der Vorwund gucken. Habe ich nämlich noch nie wirklich gemacht. Genau. Ihr fragt mich übrigens immer mal wieder, was das für eine Kugel ist. Kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Das ist ein Buy Orb. Gibt es bei Oase beziehungsweise auch bei Amazon zu kaufen. Da setze ich euch den Link mal in die Infobox. So, als nächstes habe ich jetzt hier ein Säckchen. Das kommt von der lieben, das ist jetzt von, genau, von Austin Girl, von der lieben Delia. Da habe ich einmal eine Maske drin. Die hat mir, ich glaube, jeden Tag eine Maske reingepackt. Und was ich ganz gerne mache, ist, dass ich mir draufschreibe, von wem es kommt. Dass, wenn ich dann die Produkte auch brauche, ne, dass ich dann auch sagen kann, von wem ich das hatte. Dann hat sie mir noch zwei Tees reingepackt von Puka Peas, Organic Bio oder was. Ich kann nicht, wo nach riecht. Schmeckt das denn wohl? Ashwagandha und Hanfsamenöl. Und Spermint. Okay, das wird dann wahrscheinlich die Nase etwas frei machen. Die kann ich aktuell ganz gut gebrauchen. Oh, und dann habe ich auch noch eine Body Cream von Bath & Body Works. Wie cool. Pure Wonder Ultimate Hydration Body Cream mit Shea Butter und Hyaluronsäure. Da bin ich mal gespannt drauf. Das Schwere, Nicole, Schickitas Place ja immer von, ne, von Bath & Body Works. Das werde ich mir dann mal anschauen. Hier kann ich das so nicht draufschreiben. Da habe ich hier so ein Washi-Tape, wo ich ein bisschen draufschreibe. Zack. Dann klebe ich das dann nämlich drauf. Das ist immer jeden Abend, den ich jetzt hier habe, wo ich die Adventskalender auspacke, so eine kleine Bastelstunde, die ich dann mache. So, dann habe ich hier von Anja, den 18. Dezember. Oh, oh. Also, ich bin ja wirklich immer wieder baff, ne, was ihr mir da für Adventskalender gepackt habt. Das ist so hammermäßig. Ich habe hier Barbo-Ampullen drin. Wahnsinnig krass. Also, ja, mit Hyaluronsäure. Das sind drei Ampullen. Und die sind sehr, sehr gut. Also, ich kenne die ja auch schon. Und die sind wirklich klasse. Delia hatte mir übrigens auch noch eine Karte mit reingepackt, wo sie mir hinten drauf geschrieben hat, willkommen in der Weihnachtswoche. Also, auch eine wunderschöne Karte, ne. Ich weiß gar nicht. Kommt das von Carto Lomio? Dann setze ich euch den Link mal zu Carto Lomio in die Infobox, ne. Eine sehr schöne Karte. Also, generell bei Carto Lomio findet ihr wunderschöne Karten. Hier habe ich von der lieben Corinne noch einen Adventskalender. Die Säckchen werden alle übrigens aufbewahrt. Und die gebe ich dann an meine Freundin weiter zum Beispiel, die im Kindergarten arbeitet. Auch richtig geil. Da habe ich auch immer wieder schön was zu naschen hier von Corinne drin. Und hier habe ich Porridge von Ruf zweimal Blueberry Joghurt. Also, das ist richtig cool. Mein Freund steht da, glaube ich, nicht ganz so drauf. Aber für mich ist es eine tolle Sache. Das ist auch ein super gesundes Frühstück einfach mal, ne. Finde ich super schön. Dann habe ich hier noch meinen, wie heißt der eigentlich? Der E-Docs Adventskalender. Beziehungsweise ist nicht meiner. Das ist der von Sammy. Und hier habe ich die Nummer 18. Da waren schon schöne Sachen drin. Und da sind natürlich allerhanden Leckerlis drin. Oh mein Gott. Soft Bones Käse. Wie der kleine Mann mich einfach schon anguckt mit Ohren nach oben, ne. Der weiß schon ganz genau, was kommt. Und ja, so schaut das aus. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, denn von Käse müssen Hunde ja immer pupsen. Und ja, Sammy. Ich muss aber gleich erst ein Foto machen, wenn ich darf. Dann habe ich hier von Melli auch noch einen Adventskalender bekommen. Ist hier schon direkt am Start, ne. Großartig. Hier habe ich Spekulatiusfest Winterriegel. Oh, richtig lecker. Also da ist dann noch ein kleines Naschi. Ein bisschen was für die Seele mit dabei. Genau. Dann habe ich hier so ein Platzset bei mir liegen. Nennt man das, ne. Also quasi so eine Unterlage. Und dann drapiere ich mir das hier an. Ist recht hübsch, dass ich das irgendwie schön fotografieren kann. Um da halt gleich ein Insta-Post von zu machen. Manchmal mache ich das bei Instagram. Das als Reel poste, aber eher selten. Manchmal mache ich bei Instagram auch ein anderes Reel. Und mache dann gebündelt die Fotos dazu. Aber ich finde das immer ganz schön. Weil ich packe ja immer mal wieder auch die Adventskalender. Immer mal wieder. Ist gut. Ich habe, was sind die, 170 Adventskalender ausgepackt. Und mich haben so viele auch gefragt, was ich so dann während der Weihnachtszeit auspacke. Und damit wird dann quasi auch eure Neugierde gespillt. Denn ich zeige euch das einfach, ne. Genau. Dann habe ich hier mein Handy. Da kamen gerade irgendwelche komischen Geräusche aus dem Babyfon. So, dann räume ich hier mal kurz ein bisschen die Sachen zur Seite. Habe hier mein Handy gezückt. Und Sammy wartet schon. Gespannt darauf, dass er dann auch gleich sein Jan bekommt. Alles redet hier. Ist unglaublich. Teilweise gehen diese Spielzeuge von ganz alleine los, ne. Kennt ihr das auch. Manchmal ganz schön gruselig. Weil ich habe hier auch dieses Lauf, dieses Lauflernzebra. Ist das, ne. Das hat meine Ma... Hilfe. Meine Ma, ich will das mal geschenkt. Und es wird aktuell ja auch viel verwendet. Aber das steht mitten im Raum. Da kann... Da kommt keiner bei, ne. Und teilweise geht das auch nachts um zwei oder so auf einmal los. Man vergisst das auszumachen. Okay, dann habe ich hier jetzt mein Foto. Dann kann ich Sammy auch eigentlich hier eins von den Jams geben. Seht ihr überhaupt Sammy? Ja, ne. Kann ich euch mal runtersetzen. Ich seh den immer noch nicht. So seht ihr Sammy ein bisschen mehr, ne. Zack. Sammy, sie sind jetzt vollkommen im Bilde. Miam. Nicht, dass der irgendwann eben auch sein Abendbrot gehabt hätte. Und eigentlich auch gar nichts vom Tisch kriegen soll. Na, ist das was für dich? Na los. Riecht eigentlich ganz gut. Na los. Was ist das? Magst du das nicht? Vielleicht, wenn die... Nein? Sammy. Sammy. Sammy möchte das nicht. Ich glaube, du bist einfach wirklich satt vom Abendbrot. Hier. Er sabbert auf jeden Fall. Aber er mag es nicht. Oder er will es nicht. Wenn ich das hinlege, flupp. Das liegt jetzt auf dem Boden. Junger Mann. Oder er hat hier auch eine Warze. Der ist halt nicht mehr der Jüngste, ne. Auch ein Lipom und so. Man tut, was man kann. Na los. Jetzt starte einfach nur das Ding an. Nun, kann man machen. Ähm. Du bist echt ein Eimer. Du bist ein Eimer mit deinen süßen Öhrchen. Das sag ich dir, Sammy. Okay. Ja. Also so viel zu meinem Adventskalender von heute. Vom 18. Dezember. Es ist echt schon die Weihnachtswoche, Leute. Hier ist noch nichts an Weihnachtsdeko. Noch gar nichts. Na doch. Da ist ein bisschen was. Aber das war auch im Adventskalender drin, ne. Da ist noch ein Wichtel. Das war auch in dem Tiziano Adventskalender drin. Oh, der sehe ich. Der kleine Räuber. Er hat es jetzt geräubert. Aber wird es gegessen oder wird es verschmäht? Er ist sich selber, glaube ich, noch nicht ganz so sicher. Nun lassen wir einfach mal den kleinen Mann mit seinem mysteriösen Leckerli allein. Hier haben wir das Dienstags Outfit of the Day. Ich weiß nicht, ob ich das so tragen werde den ganzen Tag, weil es ist ja hier dann doch etwas bauchfrei. Ja, dann ziehe ich mir vielleicht noch was drüber. Aber ansonsten sehr entspannt, sehr chillig und genau so möchte ich meinen Tag starten. Ich weiß nicht, ob ich das so gerne. und alfred ist fleißig ja also so ein staubi ist wirklich gold wert gerade wenn man so ein kleines süßes haariges monsterchen hat wie diesen jungen mann also das braucht man halt genau und ich habe hier einen schwarzen kleider bügel verwendet bei meinen kleidungsstücken normalerweise habe ich nämlich diese gelben oder roten und immer wenn das der fall ist dann weiß ich alles klar ich muss an meinen kleiderschrank und irgendwas aussortieren weil ich habe eigentlich eine begrenzte anzahl an diesen gelben kleider bügeln und die schwarzen sind eigentlich eher so für socken und so weiter oder wenn ich halt irgendwas aufhänge was eigentlich in die schubladen rein gehört irgendwelche fein keine ahnung blusen oder sowas wobei die hänge ich ja auch auf keine ahnung zum beispiel das hier das kommt ja nicht in trockner das hänge ich ja auch auf ne genau ja und dann muss ich immer so ein bisschen gucken normalerweise ist es so bei meiner kleiderschrank geschichte dass ich hier vorne immer die sachen hinhänge die auch gerade frisch gewaschen sind das heißt alles was ganz weit hinten ist habe ich schon ewig nicht mehr getragen das heißt wenn ich aussortiere müsste ich rein theoretisch eins dieser letzteren sachen aussortieren dieser pulli wird aussortiert auch wenn er eigentlich total chillig ist ja aber der ist so ich würde nämlich jetzt nicht irgendwie so im garten oder so anziehen zum beispiel habe ich hier auch hängen diesen hoodie der ist auch immer so zum streichen und so deswegen darf der auch ganz weit hinten hängen weil wir schon eine weile nicht mehr gestrichen haben oder so jedenfalls nicht im winter und hier hinten hängen halt so still geschichten also von daher ja den würde ich halt wie gesagt jetzt nicht im garten anziehen weil der halt dann dadurch dass er weiß ist direkt dreckig wird chill klamotten habe ich mittlerweile so viele und den habe ich auch sehr selten getragen das heißt der kommt jetzt in die altkleiderspende bist du damit konform semi ja muss na toll jetzt habe ich gerade stühle hochgetragen und habe hier einen dreckigen kram auf meinem weißen oberteil aber naja da muss ich halt nachher versuchen wenn ich mich schminke nur so bisher zu filmen oder so mal gucken ich habe ein bisschen post bekommen die insta box ist eingetroffen dm hatte ich was bestellt ist es eingetroffen ich hatte ein bisschen spaß mit dem dhl boten da hatte das scannen der pakete nicht so ganz funktioniert naja schatzi ist jetzt mit julius bei seiner oma beziehungsweise also bei julius oma und ich habe jetzt hier die fairy box die kann ich euch mal kurz zeigen 19,90 kostet die erscheint monatlich und hier haben wir produkte im wert von über 50 euro immer drin dieses mal sind 55,32 euro kommt immer eine süßen verpackung hat auch daher diese milchtüte ist schon hübsch und ich habe mir gedacht ich zeige euch das mal eben im blog weil ich weiß nicht ob ich dazu noch ein video schaffe ein bisschen füllmaterial haben wir dabei eine schule zartbitter gebrannte mandel gebrannte mandel geil zartbitter muss ich mal gucken und wir haben hier auch tierversuchsfreie naturkosmetik immer drin was ich auch ganz nice finde und das könnte vielleicht immer ein full face naturkosmetik mit reinkommen ist die mascara mystic volume von boho green welche farbe bist du denn 01 hört sich für mich so an als wäre das auch noch schwarze ich weiß gar nicht wann und wo das war dass wir auch mal eine rote drin hatten das ist ja manchmal ein bisschen schwierig aber die hier scheint schwarz zu sein jo und genau ich sammeln ja für mein full face ding ins kirchen dann kann ich das auch mal zur seite stellen da kommt es da auch mit rein dann habe ich hier noch einen lippenpflegestift was jetzt im winter ganz gut funktioniert von birds bees lippenbeisam granatapfel der knutscht mein freund mich sicherlich noch mal ein bisschen lieber weil er liebt granatapfel noch was mit granatapfel oder genau neben grapefruit weil du es wert bist eine deo creme 15 milliliter also die könnte ich jetzt gerade sehr gut gebrauchen queen of the summer passt jetzt nicht unbedingt im winter aber wie gesagt ich habe ein paar stühle hochgetragen weil schatzi hier kurz vorbeigekommen ist mit dem anhänger weil der von seiner oma quasi stühle und tische hierhin holt und gleich kommt er nämlich auch mit dem tisch hierher dann habe ich hier nachtserum von ballad en provence full moon das ist ein festes produkt auch ganz interessant da hatten wir jetzt auch öfters da in den letzten jahren mal was mit dabei gehabt von der marke halt in fester form hat manchmal gut funktioniert also die nachtcreme zum beispiel war ganz gut eigentlich und hier habe ich halt als serum ist eigentlich witzig weil die haben alles mögliche in fester form dass man sich theoretisch dann das serum auftragen kann ich glaube augencreme gibt es auch von denen und dann halt auch noch die creme darüber sehr witzig und dann habe ich hier ich glaube das ist das letzte produkt von sen sena naturkosmetik arom in die wintermärchen aroma badekissen okay ich glaube das muss ich mit in die badewanne nehmen für die heimeligen momente des winters mit inspirierenden winterdüften vitamin e und zart pflegendem mandelöl okay hinweist badewanne nach dem baden mit heißem wasser ausspülen okay mache ich das denn wie mache ich das denn semi das aroma badekissen in das wohltemperierte badewasser ihres vollbares geben durch leichtes drücken des aroma badekissens unterstützen sie entfaltung der ätherischen öle hört sich interessant an also als badezusatz nur halt in dem kissen drin okay interesting interesting genau das wäre jetzt einmal die fairy box gewesen jetzt suche ich mir alle sachen aus meinem schrank aus meinem schrank system weil ich ja ein full face mac schminken möchte schatzi sagte eben ich sollte mir was überziehen aber hier oben ist mir eigentlich echt warm jetzt gerade jedenfalls vor allem weil ich ja gerade hoch und runter gelaufen bin was los kleiner man sitzt hier unter dem tisch zeigen wie sie so guckt ja so häufig wenn ich videos drehe ist genau dass das bild was ich sehe wenn ich nach unten schaue wie soll man sich da konzentrieren naja da guckt er jetzt zur seite und da stehen auch schon ein paar schränke und das werde ich euch dann auch später mal zeigen genau die fußmatte das hattet ihr auch mal gesehen hat als ich die gekauft hatte bei rossmann läuft und ich glaube dass ich auch noch ein aufgebraucht video dieses video aufgebraucht video diesen monat drehen werde weil einfach so schon wieder diese aufgebraucht geschichte voll ist na ich bin ganz erstaunt sammy freut sich der hat jetzt mittlerweile sogar zwei spielis hier und das hier sind halt andere videos full face adventskalender leckerlis von sammy full face beauty boxen da habe ich ein paar purisch neuheiten die ich noch zeigen wollte noch mehr purisch neuheiten full face lower messier und full face new cosmetics und auf diesen tisch der aussieht wie hulle kommt jetzt das full face mac wo war ich denn beim letzten take ich weiß es nicht auf jeden fall habe ich ein look drauf ich weiß nicht ob ich euch den voll gezeigt habe aber dieser look ist auch schon ein bisschen matsche weil ja nachdem ich mich geschminkt hatte bin ich runtergegangen dann haben wir döner bestellt weil schanzi und ich auch einfach schon vollkommen durch waren wir hatten heute beide bislang nur müsse die vorher gegessen und dann gab es erstmal döner während ich auf den döner gewartet habe ist mein kreislauf sowas von in den keller gegangen so dass ich dann auf der couch ein bisschen eingeschlafen bin und als dann der dünner man kam bin ich wach geworden dann habe ich mir den döner gegönnt habe ich jetzt gerade noch einen podcast gedreht und ein bisschen was für instagram gemacht und jetzt ist mal so langsam abschminkzeit schlafenszeit aber ich kann euch mal zeigen wie es jetzt gerade so kurz zwischenstand mäßig bei uns hier nebenan aussieht wir haben uns entschieden dass wir die alten barhocker im keller für unseren partykeller nehmen werden weil die doch sehr sehr wuchtig sind und hier in der küche werden wir uns ja mit diesen wundervollen barhockern mal beschäftigen also ohne witz die sind wirklich klasse fühlen sich toll an haben sich leicht aufbauen lassen sowie alle möbel die ich euch auch gleich zeigen werde und die habe ich auch zugeschickt bekommen von sorgen mix ich bin total happy darüber denn ich durfte mir ein paar sachen aussuchen und das hat natürlich mal wieder gepasst wie pop es auf einmal ich glaube beim letzten vlog hatte ich euch auch gezeigt dass ich mir diesen spiegel schmuckschrank gekauft habe und kurze zeit später hatte also als schatzi den gerade aufgebaut hatte hatte sich so ein mix gemeldet ob ich nicht vielleicht in irgendeinem meiner videos euch mal was zeigen möchte und ich darf euch auch noch ein rabatt mit an die hand geben das ist ein rabatt code den lende ich euch mal ein müssten 15 prozent sein und ihr könnt auch dort im online shop bestellen den verlinke ich euch hier super gerne mal in der infobox so wie auch alle produkte die ich es die ihr hier seht die in verschiedenen linien also einmal gibt es natürlich die ganz klassischen sonnmix produkte die wir ja auch so aus diesem beauty bereich kennen auf behörer aufbewahrungs bereich und so und die haben auch möbel und die sind wirklich wirklich klasse für sehr kleines geld von diesen küchenkommoden habe ich mir direkt drei ausgesucht zwei stehen hier vorne und eine kommt hinten in eine nische rein die aber tatsächlich noch volles mit werkzeug mein freund hat die möbel aufgebaut und ich war auch ein bisschen mit dabei er hat kein einziges mal geflucht außer beim hochtragen denn die sind doch relativ schwer was ja auch für qualität spricht und die rückwände sind nicht genagelt sondern geschraubt was immer sehr positiv ist ich persönlich mag auch aus dieser versaglereihe super gerne dieses muster also das ist halt auch genau das was wir hier damals in diesem raum auch hatten als hier noch so die balken an der decke waren genau wir haben hier die zwischenwände also zwei möglichkeiten was zu stellen und dann magnetisch schließende türen bei diesem schrank und ja da habe ich auf jeden fall genug stauraum dann habe ich hier dieses regal und davon hätte ich mir safe mehr holen sollen weil das finde ich so so schön ich mag einfach auch gerne diesen etwas rustikalen style wir haben hier das auch ein bisschen aufgelockert ich werde vielleicht sogar hier boxen rein stellen oder körbe da bin ich mir noch nicht ganz so sicher und hier unten haben wir dann auch noch mal eine geschlossene aufbewahrung mein handy pingelt läuft und da kann man dann auch das ein oder andere drin verstauen auch hier wieder das schließt halt mit diesen magnet dingern was ich total super finde dann haben wir hier auch noch der schatz sie unbedingt zu haben dass wir hier so ein treppending halt uns hinstellen weil ich hier auch der internet anschluss ist hat sich super leicht aufbauen lassen und sieht klasse aus also mir gefällt die verarbeitung gut der ein oder andere sticker ist hier noch drauf das ist okay das kann man natürlich auch noch abmachen aber so schaut das aus und ich finde es sehr sehr hübsch also passgenau und so weiter das ist vielleicht ja auch für den einen oder anderen wichtig und hier kommen wir zu einer also für mich war das wirklich so eine sache wir haben halt diese fette schräge auf beiden seiten und dann ist die frage wie stellt man halt die möbel und da habe ich halt gesagt kommen wir machen hier einfach eine komplette bar theke wie auch immer also eine wand wo wir halt viele verschiedene schränke platzieren wo man dann auch wenn man hier an diesem tisch sitzt den wir übrigens von schatzis oma haben so wie auch die stühle dann an sachen rankommt also da muss ich wirklich gucken je nachdem wie dieser raum genutzt wird was dann da auch rein kommt und so haben wir aber auf jeden fall super viel stauraum bei dieser kommode finde ich das richtig cool also wir haben hier auch den industrial design an den seiten was wir auch bei der anderen form der kommode haben hier finde ich es cool dass wir diesen mix haben aus wir haben hier so eine freifläche klar obendrauf auch noch mal die freifläche hier haben wir dann eine tür und halt zwei schrank elemente und eigentlich sind das das war die hüfte ich glaube quatsch mich bar schränke küchenschränke genau und ja so schaut die tür aus von ihnen einfach nur also ich mag es gerne leiden es schließt wie gesagt magnetisch was ich auch gut finde dann hier auch die zwei großen fächer wo man auch vasen oder keine ahnung auch teller oder so reinpacken kann also die maße stehen ja auch mit der beine das könnt ihr euch auch anschauen ich finde die tiefe von diesen möbeln auch sehr sehr angenehm weil die nicht zu tief sind das heißt sie nehmen auch nicht zu viel platz im raum weg und gleichzeitig sind sie tief genug um halt sachen reinzustellen ich weiß jetzt nicht kann man dann ordner einstellen also bei dem ginge das auf jeden fall das ist gar kein problem das heißt wer mag kann sowas dann natürlich auch als büro möbel verwenden guck mal der passt da auch rein kriege ich die tür noch zu 1a also das ist natürlich auch genial und ja halt dann noch hier diese glas geschichte was ich auch immer ganz hübsch finde ich möchte nicht dass alles offen und verglas ist deswegen finde ich es auch schön dass hier die kombination zwischen geschlossener tür und glas geschichten am start ist das sehen wir auf der anderen seite wahrscheinlich besser tipp 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 so sieht das dann aus finde ich auch irgendwie fancy ne also es ist schon relativ detailverliebt aber keine sorge die sind jetzt nicht sagt teuer die möbelstücke ja die haben jetzt nicht die gleiche tiefe aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm hier haben wir dann wie gesagt die andere art von kommode wo ich hier einmal so ein doppeltüren schrank haben wo wir drei fächer drin haben wo das obere fach dann quasi sichtbar ist und die anderen beiden verdeckt und wie gesagt hier halt rückwand richtig richtig cool die können wir uns aber gleich auch bei einem anderen angucken der noch frei im raum steht und hier genau das gleiche genau da hat man dann auch noch mal sehr sehr viel stauraum und hier sehen wir dann noch mal wieder schrank quasi frei im raum steht weil dieser schrank den haben wir eben schon zweimal gesehen gehört hier hinten in die nische aber diese nische ist sehr offensichtlich aktuell befüllt mit sachen die hat sie da reingestellt hat und er hat es halt noch nicht geschafft da aufzuräumen also der schrank kommt in die nische fand ich persönlich total cool eigentlich dass man da auch den schrank drin hat bei sonst ist es eigentlich vergebener raum und genau ja jetzt können wir mal von der seite gucken wie das aussieht so schaut er aus ich finde das kann man auch einfach so hinstellen dass es überhaupt also nur wegen dieser verkleidung finde ich das sehr sehr hübsch und auch von hinten ist es eine rückwand die man so stellen kann du hast es ja manchmal bei möbelstücken dass da rückwände sind die einfach nicht gut aussehen und hier sehen wir das auch noch mal dass die rückwände verschraubt sind jetzt zeige ich euch mal diese beiden teile das war so dass was schatzi sich unfassbar gewünscht hat erstmal will ich jetzt gar nicht wieder aufstehen um ehrlich zu sein diese dieses nackenteil hat die perfekte höher für mich muss ich ganz ehrlich sagen und ja das ist halt auch ein kisten das könnte man ab machen wenn das nicht gefällt ich lieb es also für mich wirklich großartig und wenn man sagt okay ich möchte jetzt die chili milli sache nicht nur so haben so dass ich hier so schön wirken kann sondern ich möchte sie auf ein anderes level leben dann kann man natürlich sich dieses fußteil wie auch da vorne auf die gewünschte position machen das kannst du natürlich auch etwas tiefer machen und dann hast du halt so richtig feiern ich weiß ich weiß im hintergrund sieht das alles jetzt noch alles hier sehr rumpelig aus aber das ist eine fußbank die wir gerne unten bei uns hinstellen möchten quasi in einem mini flur zwischen unserem badezimmer wo unsere garderobe auch so ein bisschen dann ist und julius zimmer und ja hier wollen wir dann ein paar von unseren schuhen rein machen aber auch julius schuhe vor allem und das hier ist einfach eine super bequeme sitzbank abwaschbar was wichtig ist und ja genau da kann man dann das hier einfach hochklappen und hier vielleicht so handschuhscheiben mütze reinpacken dass man das alles auch ganz schnell griffbereit hat wenn man sie braucht und hier unten drunter haben wir dann zwei niedrigere fächer und ein sehr hohes fach was dann halt für meine stiefeletten zum beispiel super ist oder auch die hoch schaft schuhe von schatzi da hat man ja im winter auch so 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 hohe schuhe halt die so knöchelhoch sind und ich kann euch das ja mit mal von der tiefe her demonstrieren auch wenn die maße online stehen ich habe jetzt ja größe 41 die passen halt super rein also ich finde es klasse und deswegen darf das auch oder sollte das auch in einer anderen farbe sein weil unser flur und ihr auch etwas heller ist vielen vielen dank an song mix für diese großartige kooperation ich finde es klasse und das hat einfach so gut gepasst und ich kann euch einfach nur empfehlen dort im online shop mal vorbeizuschauen und euch inspirieren zu lassen fast schon festlich ist mein heutiges outfit of the day eben wegen diesem ton von dem kleid das ist ja so ein ja eigentlich in der kirchengeschichte ist es ja glaube ich ein sehr festlicher ton egal bla bla auf jeden fall ja lieblingskleid eigentlich lieblingswinterkleid habe ich in verschiedenen farben in diesen ton in grau und in rot ich liebe es einfach so sehr und ja dazu diese scharfe leggings ach mensch ne ja bald ist weihnachten leute da muss man sich entsprechend kleiden mal gucken was heute so geht ich habe ein bisschen was in planung ein schmink ist auf jeden fall noch geplant was dann auch tatsächlich heiligabend online kommen wird und deswegen habe ich mir auch gedacht passt diese farbe dann auch ganz gut dazu ich habe mich heute so geärgert weil ich habe ja hier alles neu in der konstruktion ich habe ein neues mikro ich habe eine neue kamera und ja irgendwie ist da trotzdem immer noch ein rauschen vielleicht kommt das vom ringlicht und jetzt habe ich mir gedacht nehme ich mir das mikro macht das mit einem verlängerungskabel dann an meine kamera gleich dran und ich probiere da jetzt halt einfach aus weil die tonqualität ist mir persönlich halt auch super wichtig und jetzt mache ich mal so eine behelfskonstruktion also ich habe so ein mini stativ dann nehme ich mir jetzt hier mein klebeband und klebe einfach mal mein mikro hier fest das muss man sich mal angucken was ich dann hier jetzt für ein konstrukt basteln na das ist ja meine hochprofessionelle konstruktion ich habe einfach das stativ genommen ist an den spiegel gelehnt in die kamera gesteckt ich hoffe dass es jetzt funktioniert und wenn das so funktioniert werde ich das irgendwie auch so fixieren ich darf jetzt nur nicht an den tisch kommen dass das mikro nicht umfällt es fällt schon von alleine um es fällt um ohne dass ich es berühre hi professional leute ich sag's euch da habe ich mir jetzt einfach mal so einen puderzucker zerstäuber geholt da so ein paar verpackungsschnipsel rein gemacht ich glaube das hält das macht mich fertig aber wir sind mal ehrlich es gibt definitiv größere probleme als das auf der welt nun ich habe ein bisschen post bekommen denn dhl ist heute dann doch da gewesen obwohl ich ganz viele e-mails bekommen habe dass die pakete heute nicht zugestellt werden sondern morgen erst tatsächlich ist auch nur ein teil der pakete eingetroffen ihr seht dazu auch noch ein haul ne also die produkte kommen auch noch in den haul raschel raschel oder ihr habt den schon gesehen hier habe ich einmal die lead foundation und da gab es ja diesen mega code dass man die für umgekriegt hat und ich bin so gespannt porcelain rose habe ich ich glaube ich hatte irgendjemand erzählt dass ich nicht die hellste farbe genommen habe oh gott die ist richtig geil also von der farbe her sieht die richtig gut aus aber jetzt werde ich mir hier endlich mal das ganze zusammen suchen und mein full face vorbereiten sieht übrigens aktuell echt schlimm aus weiß nicht was das hier ist aber das ist echt böse ja ich glaube ich weiß was es ist es wird ende des monats und zum ende des monats kommt meine erdbeer woche und seitdem julius auf der welt ist und ich nicht mehr stille und sowas alles ist das ganze halt eskalativ in meinem gesicht geworden ich weiß nicht was das soll naja wahrscheinlich werde ich dann wirklich demnächst auch mal zu bha wieder greifen bin ich sehr gespannt darauf was das dann anstellen wird aber ich bin ja noch bei pha bei dem ganz ganz milden säuregedönsen ich trau mich noch nicht so ganz natürlich wird hier mal der vlog von maxim wieder geschaut werde ich einen vlog drehe ich lieb es einfach und ja ich habe mir jetzt mal die produkte rausgesucht die mich dieses jahr halt auch wirklich überrascht haben und ja teilweise stehen sie repräsentativ für die marke manchmal für dies das ananas zum beispiel die palette hier von odens eye die habe ich ja noch nicht ausprobiert aber odens eye an und für sich hat mich dieses jahr wirklich umgehauen also hier sind allerhand produkte die ja mich sehr positiv dieses jahr begleitet haben die mich überrascht haben das video ist im kasten mit der ein oder anderen unterbrechung weil julius nach hause gekommen ist oder wir haben brot gegessen haben oder 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 das ist immer ganz witzig weil im video merkt man das so gar nicht genau und während ich sitze und meinen schuh durchziehe hat sich mr baum überlegt ne also ich bin hier mal ganz chili milli unterwegs und bin hier auf meiner couch und da bin ich glücklich und hier gehe ich nicht weg also ja das brummen kommt irgendwo hier von der technik aber sollte es irgendwo schnarchen dann ist es der kleine minister wow madame sturm frisur ist am start letztens hat mein freund mir meine riffel chips weg gegessen und dann war der heute einkaufen und hat mir ich sag mal eine bunte auswahl mitgebracht das ist meine süßigkeiten box wir haben das nämlich tatsächlich getränkt meine süßigkeiten box das ist für die allgemeinheit und das dahinten ist schatzi süßigkeiten box nun er hat mir eine riesen packung pommels mitgebracht eine riesen packung monster und natürlich 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 und da gehen wir jetzt auch hin ja sieht typisch hier aus nur wie das halt so mit kind aussieht ja hat er mir riffel chips mitgebracht und das ist jetzt mein snack und dann werde ich mich gleich dort hinlegen und schön die blinders gucken und ja das mache ich jetzt um diese uhrzeit mal gucken wie lange ich dann heute zaubern werde weihnachtstag für uns nummer eins ja ich habe mich schick gemacht weil wir ja nicht wirklich weihnachtlich dekoriert haben hier da haben schatzi und ich uns überlegt dann sind wir halt die weihnachtsdeko ich werde mich noch ein bisschen schick machen also schminken und ja genau weil man nicht mama meine stiefmama und mein papa kommen gleich vorbei habe eben hier ein bisschen aufgeräumt schatzi die küche gemacht und ich weiß noch hat sich dieses kleid an hatte und dieser bauch ungefähr so war das waren zeiten da waren die brust da auch noch so wie schön ist bitte dieser look geworden das ist mein full face essence ich ziehe mir gleich noch ein bisschen weihnachtlichen schmuck an kenne mir die haare noch mal durch und freue mich drauf dann gleich mit meinem papa und meiner stiefmama ein bisschen weihnachten feiern zu können so gut funktioniert das ist die neue foundation von essence wehens interessiert wahnsinnig krass part one unserer weihnachts wanderaktion war wundervoll tatsächlich also es war sehr sehr schön mit meinem papa und seiner frau zusammen zu feiern papa hat sich auch sehr über sein geschenk gefreut der von mir nämlich oder von uns vielmehr ein lego set bekommen zu dem film oben und dazu auch noch mal den film oben denn ich glaube der kennt den gar nicht ich hoffe dass er sich darüber auch freut und die dieses haus dann auch schön in seiner lego landschaft integrieren kann ja ansonsten wollte ich eben ein video schneiden und zwar das video was auf ein heilig abend online gehen soll auf jeden fall ist da leider etwas passiert und zwar ist die ton spur volle elle im eimer das hat mich eben so ein bisschen außer bahn geworfen aber na das heißt vielleicht ich weiß nicht ich eigentlich bin ich jetzt zu müde es ist zehn uhr abends ich muss noch duschen und so jetzt noch das video zu drehen macht glaube ich wenig sinn ich denke da werde ich mich einfach morgen früh dann dran setzen dass ich das drehe problem ist ich muss es dann auch relativ zackig schneiden wenn ich das dann noch zu meinem kooperationspartner schicke dass die sich deshalb natürlich auch noch mal im vorfeld angucken und eigentlich war das video so gut der look sah so gut aus und irgendwie hat mir das auch total gefallen was ich da auch erzählt habe ja ist wie es ist dann werde ich jetzt mal unter die dusche hüpfen zu sehen dass ich mich abschminke und dann gucken wir mal wieso meine motivation ist vielleicht gleich noch ein video zu drehen aber da müsste ich mich ja noch mal abschminken mal gucken sammy ist zwar nicht mit hochgekommen aber mr spidey möchte gerne mit dabei sein ist okay so bin ich nicht allein ich hatte nämlich eben ein klitzeklein klitzeklein nervenzusammenbruch was nicht damit zusammenhängt oder was nicht also der grund ist jetzt nicht dass ich jetzt irgendwie wegen dem film oder so probleme habe oder keine ahnung dass ich jetzt hier abends um 11 uhr filme ist ja auch nichts neues aber es geht darum dass ich vor morgen so ein bisschen muffensausen habe denn eine person wird halt dort sein von der ich nicht unbedingt möchte dass sie da ist aber die nun mal existiert deswegen bin ich da etwas aufgewirbelt um das mal sozusagen und deswegen fehlt mir so ein bisschen gerade die leichtigkeit die ich gerade bräuchte die ohrringe die ich von meinem punkt bekommen habe da könnt ihr ich glaube sogar mittlerweile mit einem code dauerhaft immer 30 prozent bekommen also jetzt aktuell auf jeden fall glaube ich auf jeden fall glaube ich keine ahnung ich schreibe es euch gerne mal rein jetzt habe ich ein bisschen viel gefummelt ja das ist halt auch realität das ist realität das ist alltag und das ist mein leben und das gehört mir dazu und auch wenn ich dann manchmal kommentare kriege wie ach schmink dich doch einfach und bleibt bei lass das mit dem persönlichen kram und so das interessiert doch kein und das muss nicht sein und blablabla ja aber ich bin ein mensch und keine maschine und schatzi war auch so freundlich und hat mir eben auch ein tee gemacht es ist so ein toller menschen es ist eigentlich für eine you are my berry natürlich so süß und im prinzip ist es ja auch so dass wenn ich videos drehe deswegen spreche ich jetzt ja auch in meine kamera das holt mich runter das erdet mich und das hilft mir auch immer wieder und deswegen es ist ja schon fast therapeutisch für mich deswegen ist auch alles gut und ich muss jetzt einfach nur wegen wegen einer kleinigkeit nicht anfangen alles in frage zu stellen und an einem zu zweifeln und zu überlegen oh mein gott und das ist so ne naja vor weil so viele schöne dinge auch um mich herum passieren manchmal muss man auch mal ein bisschen klarkommen beruhig dich glauben alles ist gut hat schatzi auch gerade gesagt ein erstaunlicher look ist dabei rumgekommen also ich finde den einfach wunderschön also zwischendrin hat mein auge hier ein bisschen getrennt das hat mich ein bisschen geärgert aber naja ansonsten hat hier ein bisschen das licht verrückt gespielt keine ahnung nicht aus der fassung bringen lassen ich hoffe einfach dass es dann im schnitt gut wird und ja also mir gefällt mein look irre gut aber es ist ein bisschen schade dass ich es jetzt wieder abschminken muss aber ich finde schon das ist ein großes upgrade zu eben war also was wir hier eben gesehen haben das ist hier noch mal so ein bisschen wieder korrigiert worden ein großes lob an die produkte tatsächlich kann man nicht anders definieren wow leute was ein kampf das brummen war immer noch da also auch bei der neuen datei ich habe jetzt das rohmaterial von dem ersten durchgang geschnitten habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden dass es irgendwie in amerika möglichkeiten überall gibt das ganze dann auch zu rekonstruieren also quasi dass das brummen raus gemacht wird und dann habe ich mir aber auch noch so ein ding bei amazon bestellt was ich dann im prinzip zwischen kamera und mikrofon packen werde dass da schon automatischen filter gemacht wird ich hoffe dass es einfach sich in der zukunft dann bessert ich war ein bisschen fertig eben es ist übrigens viertel nach drei das video verarbeitet jetzt dann wollte ich das gleich bei diesem la 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 keine ahnung ich setze euch mal wenn ihr möchtet den link in die infobox heute möchte es draußen nicht wirklich hell werden aber na das hier ist jetzt mein outfit of the day ich habe mich ja ein bisschen schick gemacht denn heute ist ja ein besonderer tag genau ich trage einfach gleich natürlich schuhe und nicht meine pushen eine leggings rock ein weißes shirt ein bisschen mascara drauf gemacht einfach nur ein bisschen ein bisschen was ich wollte jetzt aber nichts auf die base geben weil draußen ist halt wirklich übles wetter und ich glaube nicht dass es jetzt groß halten würde die wunderschönen ohrringe von mein punkt trage ich von luamaya ist dass diese schneeflockenkette und ja gleich geht es dann zum nutter denn meine jüngere schwester wird dann offiziell adoptiert so dass ich dann zwei schwestern habe es ist total spektakulär und total schön ja auch wenn die nacht kurz war und anstrengend freue ich mich tatsächlich drauf und ja ich habe eben auch noch ein bisschen was am pc gemacht und so und ja wird das ganze also alle videos dann erstmal auch dann über dieses komische programm laufen lassen bevor ich die dann hochlade und mein kooperationspartner hat mir auch schon direkt das go für das video für heiligabend gegeben ist auch echt gut geworden ich habe dann auch die erste version genommen die mir auch wirklich sehr sehr gut gefallen hat weil das ist ja auch die reale version und nicht die ich mache das mal eben schnell version und ja genau das hat super funktioniert hier ansonsten habe ich heute nacht um halb fünf vier halb fünf so den dreh oder um drei ich weiß es nicht mehr in die gruppen gruppe in die mädelsgruppe von den youtuber innen auch eingeschrieben so hilfe leute ich komme nicht klar mein ton und so weiter und alle haben direkt dann auch versucht zu helfen und mit tipps und infos gegeben also da werde ich noch ein bisschen was ausprobieren und hoffen dass ich dann das brummen auch weg bekomme war jetzt jedes video noch mal der schrotti fährt hier rum jedes video jetzt noch mal durch dieses programm zu jagen ist halt super super nervig weiß nicht ob man das hört ich habe auch schon überlegt dann halt mit dieser kamera zu filmen aber das ist halt meine vlogging kamera damit kann ich jetzt nicht so super gute aufnahmen zum beispiel vom make-up machen ihr seht es auch mit dem focus ist ein bisschen schwierig so dass ich da halt nicht so die guten schmink videos oder sowas machen könnte deswegen versuche ich das jetzt erstmal mit den neuen technischen gegebenheiten und werde fleißig weitermachen eben kam auch etwas von l'oreal an da muss ich gleich mal reinschauen was es ist und vielleicht ein weihnachtsgeschenk noch und die my little box kam an ich weiß nicht ob das die von januar dann ist wahrscheinlich die von dezember hatten wir schon und ja genau typologie kam auch noch heute per dial express aber ich habe das video ja schon offensichtlich im kasten gedreht freigegeben und so weiter weil ich die produkte ja schon selber mal gekauft hatte und da hatte das heißt die sachen die ich hier habe sind mein backup und dann kann ich in ruhe und ganz entspannt ohne schiss zu haben dass es leer geht die produkte nämlich verwenden das ist auch immer so man bewahrt sich immer viel zu viel für gut auf kennt ihr das du hast super gute produkte zu hause sei es pflege oder sei es make up und immer wieder sagst du dir nee das mache ich für einen besonderen anlass nein genau die produkte die du so hart feierst solltest du benutzen und ja das ist einfach wichtig das ist auch so meine einstellung klar kann ich jetzt nicht jeden tag hier im abendkleid rumlaufen das sollte dann wirklich eher anlass gebunden sein aber auch so schicke kleidungssachen so dieses typische was ich auch damals gelernt habe so ja das ist nur für sonntags oder das ist nur für die kirche oder so damals war das bei uns eine große sache tragt die sachen verwendet die sachen und genießt es einfach und ich glaube das ist auch so ein kleines bisschen eine möglichkeit um sich den grauen alltag etwas bunter zu gestalten ich frage mich gerade ernsthaft was ich mir dabei überlegt habe zwei tage vor heilig abend in der statt zu fahren um zu m zu dm zu gehen war nicht so schlau mein wirklich sehr weihnachtliches outfit auf der day auch wenn noch nicht weihnachten ist einfach ein grüner pulli ein brauner rock eine großartige weihnachts leggings und pushen ich fühle mich damit irre wohl und es ist schön kuschelig ne ja meine mr fred familie will nicht gehen ich habe mir jetzt mal propolis drauf gemacht mal gucken ob das hinhaut dann kann das ganze auf jeden fall mal heilen ich muss euch auch noch was zeigen denn die ganze zeit schon haben wir hier so einen heiligen haufen da ist saubere wäsche drin die ich noch nicht zusammengelegt habe ich bin einfach noch nicht dazu gekommen das ist eigentlich julius reisebettchen ja und aktuell bedienen wir uns auch ein bisschen daraus das ist halt so naja alternativer lifestyle würde ich fast schon sagen wir haben uns hier gerade ein bisschen ausgetobt und ein bisschen schick gemacht und hier ist die liebe angie offiziell jetzt meine schwester ja mega cool ja wir haben ein bisschen geschaut uns geschminkt und tipps ausgetauscht und sehen jetzt aus wie wir aussehen ich finde es sieht mega aus ist echt cool geworden ihre mom wie kennt ihr die liebe sabine ich will euch mal irgendwie das möbel höffner adventskalender unboxing die saßen zeit lang hier oben dann hat sie irgendwann gesagt sie geht mal kurz runter und ist seitdem nicht wiedergekommen keine ahnung wahrscheinlich hat schatzi sie abgefangen oder so und ich habe eben auch gerochen dass er wahrscheinlich gerade am kochen ist also mal gucken vielleicht kriegen wir noch schön spagetti bolognese ich habe jetzt hier oben vorzudrehen wo habe ich jetzt eigentlich meine bürste versteckt genau meine schwester und meine stiefmom sind dann jetzt nach hause gefahren schatzi und ich haben uns eben auch schön spagetti bolognese gegessen da hat er schön gekocht und ja dann werde ich jetzt gleich die asam beauty wundertüte abdrehen wahrscheinlich auch noch die my little box ein bisschen lipgloss drauf dann habe ich jetzt hier auch ein bisschen mehr meinen full face komplettiert ich bin ja auch wirklich mehr so ein lipgloss mädchen so nicht wundern ich habe mir jetzt meine haare auch aus dem gesicht genommen weil ich jetzt hier so ein bisschen aufräumen werde was ist das denn auch hier sind pinsel zwischen machst du denn hier schätze nein genau weil ich habe jetzt die my little box abgefilmt und auch die asam beauty und von der box habe ich nämlich zwei boxen zur verlosung bekommen ich mache das dann immer so dass ich mich hier so außen drauf schreibe was drin ist meine box 01 und dann kommt es nämlich auch nachher in meinen lager rein dass dort dann auch direkt griffbereit die sachen habe weil ich mir unten in der excel tabelle das dann halt auch immer so vermerke und dann schreibe ich mir immer auf einen zettel was ich immer alles runterholen muss und dann halt die verlosungsgeschichte zu packen und da habe ich jetzt auch über die feiertage noch einiges zu packen tatsächlich finde ich ganz cool denn ich habe auch noch einiges ausgelost dann habe ich hier auch noch den flyer wo ich verrückte worte für mich für 2013 für 2024 herausgefunden habe sünde peace und end ich weiß nicht ob das so positive schön genau dann habe ich mir jetzt überlegt dass ich genau noch ein bisschen was auseinander klar mühsern werde weil ich hier oben auch ein bisschen zerschrift machen wollte und da sollte jetzt hier quasi live mit dabei also mehr oder weniger live also die kamera ist an und da habe ich jetzt hier zum beispiel meine tasche die ich mit hoch gebracht habe da hätte ich dann vielleicht sogar noch heute ein haul auch abdrehen können denn ich hatte eben auch meine müssen zum beispiel verpackungsmaterial geschichten ist von typology gewesen und da kann ich wirklich auch super sachen wieder drin verpacken ich versuche auch immer alles mögliche was ich an verpackungsmaterial bekommen zu recyceln also quasi wieder zu verwenden und dann für sachen zu verwenden die ich versende was ja auch durchaus sinnvoll ist zum einen ist es praktisch für mich weil ich mir da nichts neues kaufen muss es ist praktisch für die umwelt weil das nicht neu produziert werden muss genau meine bücher hatte ich mit runter genommen weil meine stiefmum und papa mich danach gefragt hatten ob sie sie mal anfassen dürfen ja ich weiß und genau dann hatte ich hier nämlich wie gesagt die sachen von typology noch drin ja und die einkäufe die ich jetzt bei dm hatte die drei produkte stimmen das war ja alles mit drin ja gut aber das kann ich dann noch machen und l'oreal hat mir noch was zugeschickt aus der el vital reihe genau das packe ich dann in den rossmann holm mit rein ja das passt schon genau und hier noch ein paar adventskalender produkte die jetzt noch verräumt werden also die dann teilweise in die sammlung kommen wenn ich die schon habe dann werde ich die weitergeben und apropos adventskalender da vorne habe ich ja noch welche stehen das sind vor allem food adventskalender die werde ich gleich auch noch ein bisschen auspacken da seid ihr glaube ich jetzt auch mal einfach mit dabei kommen das machen wir jetzt einfach so genau erstmal muss jetzt hier diese tüte auseinander räumen da habe ich hier auch meine asam tüte wo ich auch ein paar produkte schon reingepackt habe die dann ins lager demnächst kommen ich wurde schon mal gefragt was ich so auch was adventskalender angeht wie ich das dann quasi auseinander klamüser welche sachen ich behalte was ich weitergebe also es ist eher so eine impuls geschichte also zum einen gucke ich natürlich was ist so eine aktuelle sache was das könnte euch halt auch interessieren an marken an inhaltsstoffen an wie auch immer eine texturen auch bei dekorativer kosmetik und bei manchen sachen weiß ich einfach auch was mir gefällt und was mir nicht gefällt da kann ich dann auch relativ schnell schon schalten und walten sachen wozu ich zum beispiel auch eine kooperation mache werden bei mir natürlich dann auch versucht aufzubrauchen wenn sie aber so wirklich gar nicht funktioniert haben dann werden sie auch aussortiert was ja auch durchaus sinnvoll ist ja also das ist so eigentlich immer meine entscheidungsgeschichte hier habe ich zum beispiel bei der belief cream gehört dass die richtig gut sein soll ich meine auch dass ich die schon mal verwendet habe bin mir aber nicht hundertprozentig sicher deswegen wollte ich es noch mal machen und dass ich die sachen dann auch in meine möchte ich verwenden oder möchte ich weitergeben geschichten kommen heißt ja nicht dass ich sie per se aussortiere oder per se dann die auch wirklich verwende weil manchmal ist es so dann gucke ich halt hattet ihr auch in einem video mal gesehen da gucke ich halt noch mal durch die ganzen pflege sachen durch und denkt dann halt noch mal neu also man muss halt auch immer schauen wenn man halt das hier beruflich macht dass man auch immer so ein bisschen euch natürlich auch produkte präsentiert die angesagt sind die euch auch interessieren wo ihr mir auch in den kommentaren zum beispiel die frage gestellt hat mensch wie funktioniert das eigentlich oder hat das bei dir funktioniert oder was auch immer wie ist so deine meinung dazu und wenn ich die marke zum beispiel noch gar nicht irgendwie kenne oder noch nicht ausprobiert habe versuche ich das dann einfach schon zu machen und manche sachen interessieren mich persönlich auch einfach brennen zum beispiel habe ich da hinten durch die charlie tilbury mystery boxen die ich ja ausgepackt habe auch ganz ganz viel von charlie tilbury als pflege stehen und da habe ich jetzt einfach gemerkt dass ich mittlerweile auch wirklich schon eine komplette pflege linie für mich zusammen habe auch schon sowohl in meinen verlosungs boxen als auch in meiner pflege sammlungs geschichte drin hatte und dann habe ich mir das einfach mal zusammengesucht um jetzt eine komplette abendroutine zusammengestellt und wenn ich jetzt so langsam meine abendroutine sachen lehre da bin ich aktuell auch ganz gut mit dabei werde ich dann langsam anfangen die pflege linie einschleichen zu lassen man sollte nämlich nicht von jetzt auf gleich immer umstellen sondern immer schauen okay ich habe noch so viel vom toner drin deswegen nehme ich mir jetzt den den ich danach verwenden möchte mit runter und lasst den dann quasi so alle zwei tage dass sie sich abwechselt dass ich den langsam einschleichen lassen weil ich eine sehr sensible haut habe und wenn ich das von jetzt auf gleich alles ändern würde dann wird hier nicht nur diese partie abgehen sondern würde mein gesicht komplett eskalieren hatte ich auch schon dass ich hier meinen kompletten hals das war wie als wäre eine ameisen familie drüber gelaufen das hat nicht nur blöd ausgesehen sondern das hat auch fürchterlich weh getan gejuckt gebrannt und alles das heißt ich habe wirklich schon auch reaktionen gehabt und bin dann immer vorsichtiger geworden und das ding ist halt dass ich immer auch so meine staple produkte kenne also es gibt grundsätzlich im bereich pflege immer mal wieder produkte wo ich weiß ganz egal wie furchtbar meine haut gerade ist wie schlecht es ihr geht wenn ich dieses produkt verwende ist alles perfekt für mich also dann dann reguliert sich das alles wieder zum beispiel für die augen ist es von kiels diese avocado cream oder natürlich auch die klinik all about ice also die klinik all about ice die ist halt wirklich so ein absolutes stapling denn die geht wirklich immer dann bei gesichtscremes ist es bei mir immer die hyaluronic urea von dalton die ist bei mir so ein staple wenn alles schief läuft und ich einfach merke okay ich habe da irgendwas verkehrt gemacht ich habe die falsche foundation mit dem falschen primer irgendwie kombiniert und das ganze hat reagiert und meine haut ist am eskalieren jo dann hyaluronic urea das beruhigt das chillt meine haut halt einfach und gibt feuchtigkeit ne und ja bei serien ist es halt auch dann ist es der ceramide booster von dalton also das ist halt auch so ein ding was bei mir alles resettet und das merke ich halt auch wirklich mit der zeit dass man dann immer mehr auch so diese produkte hat die man nehmen kann wenn man mist gebaut hat und das ist ja halt bei mir einfach jobbedingt so dass ich das ab und an mal habe und dass ich dann einfach irgendwie irgendwo übertreiben wow ich halte so ein krass monolog es tut mir voll leid aber ich glaube das könnte interessant für euch sein ich habe noch kein so toner in dem sinne doch doch der von jepoda das ist mit lavendel das auch sehr sehr beruhigend den kann ich auch verwenden wenn alles schief gelaufen ist tatsächlich doch der ruhig auch sehr sehr gut oder das rose und rosenwasser zum beispiel das ist auch so ein staple ne und damit hätte ich eigentlich so die perfekte hautpflege routine reihe für mich fertig habe da jetzt nicht irgendwelche wilden wirkstoffe mit drin und so aber das wäre so meine persönliche schweiz aber ich glaube dass jeder hauttyp ja anders ist oder jeder mensch ist ja auch anders und jeder reagiert anders auf manche dinge und ich glaube wir sind alle auf der suche nach eben genau diesen produkten die uns halt immer wieder erden kann man das so sagen aber trotzdem sind wir alle neugierig und wollen auch mal links und rechts testen das ist so meine persönliche erfahrung ja genau aber ich möchte ja nicht super langweilig sein und nur noch diese pflegeprodukte verwenden und deswegen wird auch noch mal links und rechts geguckt und vor allem was ich auch immer sehr wichtig finde ich mache ja auch gerne mehr dass ich halt mehr wirkstoffe in meiner haut mit einbringen sei es niacinamide für ebenmäßigkeit sei es vitamin c für glow sei es retinol für faltenglättung das sind halt alles wo die dinge die dann halt so mit einfließen aber wenn ich halt auch was ganz ganz neues verwende und merke okay irgendwas läuft schief dann bringe ich immer so meine staple produkte noch mit rein dass ich dann auch genau herausfinden kann an welchem produkt der neuen fliegelinie die ich jetzt gerade verwende hat sie nun gelegen und das so als kleiner infogedönsen mittendrin entschuldigung für den monolog das ist der kompletten monolog claudi was denkst du denn was du machst du machst einen vlog so dann gucken wir uns mal die adventskalender an die ich hier noch so stehen habe ja einmal habe ich hier an den hund herum adventskalender ich glaube den gab es bei dm oder keine ahnung ja ist auf jeden fall ein ganz kalender für sammy und das wird jetzt etwas unromantisch denn ich mache es jetzt nicht kläppchen für kläppchen sondern so ich glaube ich befürchte sogar dass ich das letztes jahr ziemlich genauso gemacht habe also hier haben wir dann den inhalt gehe ich jetzt mal durch diese kauknochen sind ganz süß die kann auf jeden fall gebrauchen witzigerweise ist es so abgepackt hätte ich jetzt als nicht so cool dann bewertet wo das mit diesen fisch ist für ihn glaube ich ganz cool ich glaube das wird er feiern das hier glaube ich sie nicht ja sind so kekse ganz gut dann sind das hier so würstchen das wird er auch toll finden das hier ist ein spiel ach so das soll die zähne reinigen damit kann er dann seine zähne putzen ist jetzt nicht so der beste hunde adventskalender aber ich glaube der wäre jetzt auch nicht so super teuer da würde ich halt einfach noch mal nachschauen wie das so mit getreide und so weiter aussieht und inwiefern dein geliebtes tier sowas hat auch da jetzt hier preis leistung stimmt wage ich persönlich zu bezweifeln also ich glaube nicht dass der jetzt irgendwie großartig einen krassen preisvorteil hätte gibt aber auf jeden fall dann für jeden tag ein kleines bisschen leckerlis positiv ist es auf jeden fall hier mit den eierschalen kartons du hast sie dann direkt alles zusammen hast es dann auch bereit für die blaue tonne in anführungsstrichen dann habe ich auch noch deinen bestes das ist immer so ein toller adventskalender von dm ich habe keine ahnung warum ich den vergessen habe auszupacken ja und das ganze sieht sehr unromantisch so aus und ich würde sagen wir haben den gleichen inhalt wie letztes und vielleicht vorletztes jahr naja sami ist übrigens schon unten oder noch unten der hat eben noch ein bisschen geschlafen und da wollte ich den jetzt irgendwie mit ab oben zerren also aus dem adventskalender bis auf drei sachen wird sami hart feiern ist halt ein bisschen langweilig weil wir das gleiche letztes jahr und ich glaube auch vorletztes jahr schon so ähnlich drin hatten ja und halt die verpackung plastik weiter geht die wilde reise mit food adventskalendern da habe ich hier jetzt einmal diese worte dort geschichten ich weiß nicht gibt es die noch also worte rob ja aber gibt es diesen adventskalender vielleicht sogar noch da haben wir einfach 24 worte drops drin ne fancy ich glaube auch aus diesem adventskalender sind es wieder drei sachen ja die halt weiter wandern werden und 21 sachen die ich behalte also das hat sich schon gelohnt gerade bei den food adventskalender gucke ich dann ja auch immer aber doch das meiste bleibt ich überlege gerade lasse ich das hier oben nehme ich das nicht nur das mit runter doch was war hier oben habe ich noch einige sirup viecher die ich mir also nicht sirup sondern so dieser funk viecher waren jetzt in drei verschiedenen boxen drin doch hat eigentlich okay und genau das auf jeden fall für mich persönlich lohnt sich ein worte drop advance kalender schon weil ich die einfach gerne trinken also das ist halt schon meins zum beispiel auch aus dem anderen habe ich schon fast alle aufgetrunken die da so drin waren dann habe ich in den ostmann adventskalender mit 24 tollen wintergewürzen wir sind ja eigentlich so die das weißes fraktion da habe ich ja auch die kooperation und auch mit das cloud die dauerhaft mein code so dass ihr da ein aktuell bratkartoffelgewürz für umel mit dazu bekommt wenn ihr dort bestellt und ich mag es halt auch gerne dass wir dort die sachen wieder verschließt behauptet schatzi hat die wirklich sehr sehr oft in anwendung und hier haben wir und das hatte ich nämlich dann tatsächlich gesehen diese sachets na das heißt wenn sie einmal offen sind musst du auch zusehen dass du die rucki zuck auf brauchst da gehe ich jetzt mal schnell durch okay das ist jetzt nicht so gut gewesen aber das kommt vor wo habe ich denn meine tasche wo ich das rein packe von den sachen die weitergehen habe ich noch gar nicht lege ich hier zur seite ich habe hier schatz schatz ist vor allem julius nein auch nicht sammys spielzeuge man ja das ist jetzt ein bisschen schwieriger den habe ich einfach nicht geschafft mehr vorzustellen das ist dieser about food whisky selection kalender ich denke dass dieser kalender größtenteils in meinem familienkreis weitergegeben wird also sowas kann ich eh nicht verlosen oder sonst irgendwie und schatzi und ich waren damals halt auch wirklich whisky trinker oh mein gott haben wir das damals gefeiert und hatten da auch unsere also vor allem er ich habe mich daher mal angeschlossen quasi und hier haben wir insgesamt 1,2 liter whisky drin das sieht edel aus leute es ist wie so ein kleines regal wenn man sich das so anguckt das ist schon schön aber der war auch nicht günstig schon cool starwart mal gucken also vielleicht was habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo gehört vielleicht sind ja auch irgendwelche sachen mit dabei wo mein freund dann sagt oh mein gott so geil den müssen wir uns vielleicht doch mal genehmigen ein moor whisky das ist auch richtig krasses zeug immer white dog aber meistens kommen dann halt die fässer entsprechend daher also dass das ganze halt auch etwas anders gelagert wird und so fancy fancy leute also der der whisky-adventskalender ist schon interessant so hier habe ich jetzt noch ein freche freunde toll toll ja schon niedlich da weiß ich noch da hatte mich auch jemand mal nach meiner meinung gefragt und deswegen war ich dann losgefahren hab den geholt oh so schön die sind alle hier in so boxen hä ist das hier falschrum drin bei mir die 23 das hier falschrum drin aber süß gemacht das ist auf jeden fall ist aber auch schade wenn du dann die schatztruhe aufmachst ne dann kriegst du es halt nicht wieder richtig zu ja geht aber man könnte es halt als als schatzkiste so vielleicht auch verwenden naja ich stelle es mal zur seite ich nehme das einfach so mal mit runter gleich boxen adventskalender ich habe noch zwei männer adventskalender einmal ist es hier einer vom kosmetik kaufhaus da habe ich auch mehrere von ausgepackt die maske ist super witzig dass es im männer adventskalender drin ist dermalogica ist hier einfach nur eine werbung am start anti-irritations von dirac musste rasage ein rasierschaum schön ja hier sind auch unisex produkte drin diese hyaluron cream von dr barb war das ist eine feine geschichte auch diese sans souci baden baden thermalspray ich glaube das kommt ganz gut von club skin care neu gedacht ja das ist einfach nur ampulle hier am start dann ein kamm braucht das einmal man weiß es nicht bio droger hat eine anti-age und eine moisture geschichte hier mit reingepackt age fight cream eine hydra power fluid geschichte jeweils fünf milliliter das ist nicht ganz so viel aber ich hatte aber auch nicht so super teuer golden caviar 24 stunden pflege von bio droger so schöne sache ist auch unisex nix produziös neroli eine duschgeschichte füto joba also für ein shampo ja schön shampo ist nun weg also bislang hatten wir nur drei klassische männer produkte hier drin die kleur eine maske eines grub maß genau die hatten wir auch glaube ich im frauen kalender drin doktor doktor rimpla eine night care kann man immer gut gebrauchen stimmt da waren recht viele gesichtscremes auch drin gewesen noch ein shampoo sieben bier sind auch ein shampoo von bene cost bio ok unisex auch sehr charmant geschrieben also manche sachen überschneiden sich wirklich mit dem damen adventskalender perfect hands von marbert hatten wir glaube ich in jedem dieser kosmetik fuchs kosmetik kaufhaus auch ganz kalender drin daily micro folien von dermalogica das ist richtig gut das habe ich letztens auch aufgebraucht wobei ich das von also das ist relativ grobkörnig dass man war von dalton ist ein bisschen feinkörniger das mag ich etwas lieber man age your skin daily moisturizing fluid das ist mit fünf millilitern klein aber vielleicht fein shampoo und spülung habe ich hier von paio mit am start das ist auch süß dann von beleda formen active freshio das riecht intensiv ein aktiv duschgel mit 20 millilitern optimal zum verreisen würde ich mal so sagen von club habe ich hier noch mal drei am kohlen drin das ist feuchtigkeit kann man immer gut gebrauchen nochmal dr rimpla ist am start mit einem triple aqua booster für eine kiste anti age 24 stunden fliege von bio droger auch das kann man unisex super verwenden also kein klassischer der jetzt irgendwie nur für männer gedacht wäre sag ich mal weil es steht nicht überall einfach nur man drauf und viele der produkte waren auch im frauenadventskalender führers intelligentes reinigungsgel auch das eine gute geschichte und für immer mit dabei oder wie auch immer wahrscheinlich als 24 das produkt habe ich hier noch ein clean to skin when clean skin care so ein jute beutel in sehr klein schon schöner kalender ich weiß jetzt nicht ob jedermann das dann halt so hart feiern würde solide so dann habe ich hier noch den du glas 24 days of men adventskalender die männer bekommen eine nagelfeile gut ab finde ich schön also nagelfeilen habe ein quatsch nagelbürste nagelbürsten sind praktisch energy bild und moustache so das ist eine feste seife ja wenn man hat es mit so einem pinsel macht dann hier so ein parfüm zerstäuber das finde ich immer klasse weil da kannst du dir wenn du so parfümminiaturen hast oder parfümproben das reinmachen hast es mit dabei das ist halt auch also habe ich auch immer wieder da energien moisturizing cream kann man machen ja dann auch noch ein ex poliating cleansing gel auch das eine praktische sache ein lage klipser ich glaube nämlich für meinen freund mal direkt mit runter denn er legt seine halt regelmäßig bei uns in die dusche und dann rosten die halt einfach ist klar eine nagelfeile haben sie natürlich auch das hier ist eine nagelhautschere das da das musste ich halt auch erst mal beim letzten mal gab es nämlich auch so eine nagelschere für die männer und hab ich doch mensch ich wäre lieber ein mann die haben ich viel cooleres füllmaterial wobei das glaube ich von der dicke her eher als nagelschere gedacht ist weil das ist also aber die sehr schwergängig dann habe ich ja auch noch douglas home spa das ist so ein duschgel auch richtig unfassbar gut ein bimstein haben wir mit dabei dann habe ich auch noch eine handcreme aus dieser douglas home spa reihe kann man auf jeden fall brauchen ein deo 48 stunden antiperspirant schön eine augencreme das kommt ganz gut nicht jeder mann verwendet so viel gesichtspflege das weiß ich wohl aber so ab und an ein bisschen was mit drin finde ich nicht schlimm auch hier noch mal ein duschgel aus der sita lasso reihe ich glaube das ist auch sehr schön aquatisch das ist eine duschhaube das braucht niemand aber gut und quatsch ist ein duschpuffel okay ja ich sollte mir die produkte auch erst richtig abgucken okay duschpuffel ist sinnvoll ja dann hast du nämlich ein bisschen länger was von deinem von deinem bodywash gedönsen das hier ist zum verreisen gar nicht so verkehrt war letztes jahr aber glaube ich größer schon winzig eine gesichtsmaske darf nicht fehlen was ich klasse finde das ist diese hydrating geschichte da kommt so auch zwei drei anwendungen mit aus ein cooling body lotion produkt nicht jeder mag das auf der haut dass es so kühlend ist dann ziehtalasso baden dürfen sie auch richtig sehr sehr angenehm also ein schöner duft dann haben wir hier noch ein bisschen gesichtspflege moisturizing aftershave form ich glaube das ist auch eine schöne sache kann man gut gebrauchen dann habe ich ja auch noch eine body soap also quasi eine feste dusche soooaa kann man machen eine pinzette haben wir hier auch noch mit dabei brauchbar auf jeden fall ein kamm wo haben wir denn letztens ein kamm gesucht wollte schatzi ein kamm haben ich lege den mal hier zu seite irgendwer hatte mich letztens nach einem kamm gebracht und dann habe ich hier als letztes produkt 2 in 1 body and tear shower gel dieses hier ich glaube das ist auch diese energy reihe gut beliebt so ja da ist jetzt etwas das bastel ich jetzt mal mit euch zusammen für schatzi das ist der ks tools stahl statt schokolade adventskalender in der limited edition und fertig ist mein sortiment so schaut das aus wie gesagt da hatten wir welche die hochwertiger waren sowohl von den materialien also von den bits selber oder von den knarren selber und der verlängerung und so weiter bla aber ich finde dass die konstellation hier eigentlich sehr sehr schlau gewählt ist wir haben kein schi schi drin also kein außergewöhnliches irgendwas aber ja halt die basic sachen alles mögliche über adapter schlitz philips pozidrive und hexagon und torx bits also schon sehr sehr schön gemacht muss ich wirklich sagen und auch diese langen bits die finde ich auch klasse und da wird mein freund sich wahrscheinlich drüber freuen wenn ich ihm das gleich mit runter bringe und dann habe ich noch den nr bio adventskalender und wie gesagt dann freche freunde adventskalender das sind aber beides boxen adventskalender das heißt die werde ich jetzt so auspacken und einfach schon direkt sortieren und mit dem rückerhalt dieser freifläche ist jetzt auch offiziell die adventskalender saison für mich beendet und sie fängt in einem halben jahr wieder an ja genau also wie lange war das so dass ich hier quasi auf dem boden nicht einen fuß hinsetzen konnte weil alles voll mit adventskalendern stand der wahnsinn leute ich sag's euch also jetzt geht wieder der normale alltag weiter ich habe meine bunten nägel wieder und freue mich wie bolle bunte nägel sind einfach das beste mono ist schön aber bunt ist einfach bunt ist immer besser oder frohe weihnachten ja einfach nur ein entspanntes chilliges weihnachtskleid mit einer leggings wir feiern ja heute weihnachten einfach zu viert also mit semi julius schatzi und ich und ich habe mir gerade die nägel gemacht das habt ihr auch gesehen das tat gut ne also dieses der lack ist abgewesen ich hatte ja die den nagellack verwendet aus dem set von nicole shikita's place mit peerage der hat richtig gut und lange gehalten wirklich vor zwei wochen habe ich mir den ja drauf gemacht ne klar der war abgespielt hat aber ich habe ja auch echt viel gitarre gespielt und gewuselt und so also von daher mein höchsten respekt und ja jetzt habe ich aber wieder alles kunterbunt und das gefällt mir irre gut ja schatzi wird jetzt ein bisschen lego bauen und julius hat jetzt mittagsschlaf das heißt ich werde dann sehr wahrscheinlich gleich einfach ein video schneiden oder so mal gucken was ich dann so mache wahrscheinlich ein laptop gehen genau ja weihnachten leute ich bin noch null in weihnachtsstimmung ne na frohe weihnachten ich habe gerade eine e mail bombe bekommen von booking.com dass da ganz ganz viele sachen gebucht wurden da hat jemand wohl das konto gehackt also es war definitiv jetzt nicht irgendwie jemand der sich da aktiv reingeschaltet hat weil innerhalb von einer minute da teilweise mehrere buchungen gemacht wurden ähm ja behaltet eure konten im auge da sind jetzt ja in der weihnachtszeit schon einige firmen auch die gehackt wurden bei mir ist jetzt nur da so dass jemand da tralla für die gemacht hat ne aber ähm hat jetzt nichts schlimmes gemacht weil ich habe da keine zahlungsdaten oder so hinterlegt gehabt da habe ich mal vor jahren irgendwann mal ein hotelzimmer drüber gebucht nichts wildes aber behaltet eure sachen im auge euer e mail postfach bin mal gespannt wen das noch vielleicht getroffen hat weil ich denke nicht dass ich die einzige war da also kriminell ne und das zu heiligabend sehr schön familienweihnachtstag nummer eins outfit einfach ganz entspannt ich habe keine zeit gehabt mich zu schminken denn wir haben mega verschlafen ja lieblingskleid leggings schuhe läuft ja 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 Musik Es war wundervoll heute. Ein kompletter Familientag, wo wir erst bei meiner Schwiegermama in Spee und ihrem Freund waren und später bei meinem Schwiegerpapa in Spee mit seiner Frau und bei beiden Events war dann auch meine Schwägerin in Spee und mein Schwager in Spee mit dabei. Brandy, den habe ich euch auch quasi mit abgefilmt, also den könnt ihr auch sehen, wenn ihr möchtet. Der ist von der Band 2 auf Kante. Die wollen demnächst auch bei mir mal vorbeikommen. Ich bin mal sehr gespannt und ja, da haben wir auch natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Unfassbar viel, unfassbar gut gegessen und ja, das war toll. Ja, nachher, als ich dann nach Hause kam, ja, hatte Sammy Belähungen und dann bin ich irgendwie abends um halb 10 nochmal mit ihm spazieren gegangen. Läuft, ich hatte schon mein Pyjama an und war schon geduscht und alles, aber egal. Ja, das brauchte der junge Mann, aber es hat halt gegossen und also wie aus Strömen hat sie geregnet, wie in Strömen hat es geregnet, gegossen wie aus Kübeln und geregnet in Strömen, genau. Das war ein bisschen doof, jetzt ist Sammy bitch nass und ich werde mir jetzt noch ein bisschen Peekyblein, das denke ich mal, angucken und dann auch ins Bett gehen, denn morgen geht es weiter. Da geht es zu meiner Mama und ich habe mir auch gedacht, ich nehme euch jetzt ja auch Weihnachten komplett mit. Also das ist dann auch, ja, heute und morgen noch, ne? Genau, das machen wir einfach mal. Ja, ansonsten sieht es hier bei uns in der Wohnung aus wie Hulle, was ja manchmal so ist, wenn man dann auch selber nicht so Gäste bekommt und nicht so da ist, dann ist es einem auch relativ pelle. Aber vielleicht werde ich mich dann morgen früh, morgen Mittag mal dran machen, hier ein bisschen klaschiff zu machen, weil, ja, das sieht hier echt schlimm aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe es geschafft, Gott sei Dank. Und hier haben wir jetzt auch mein Fancy Pancy Outfit of the Day. Ja, irgendwie ist das noch nicht ganz so, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, ich lasse es dann doch so, weil es ist halt irgendwie entspannt, ne? Es ist eigentlich ein viel zu großes Kleid, was ich mir damals gekauft habe, was halt in der Schwangerschaft mega passend war und auch letztes Jahr, als ich ja noch quasi nachschwanger war und also nach der Geburt halt. Und ja, hier habe ich jetzt so einen Gürtel, den habe ich mir mal gekauft, als ich mit meiner Mama shoppen war, was dann auch passen würde, weil heute geht es zu meiner Mama und ihrem Mann. Und ja, genau, das ist mein Outfit of the Day. Sehr entspannt mit niedlichem Weihnachtsprint, das hätte wahrscheinlich auch gestern sehr gut seinen Platz gefunden, aber nein, so ist es glaube ich auch eine ganz gute Sache, ne? Ja, und jetzt werde ich mich wahrscheinlich gleich nochmal oben schminken, denn ich habe eben noch mit Sarah Isabel gesprochen, was wir jetzt eigentlich für Hashtag ungeschönt machen wollen. Und da war die Idee, unsere Jahresfavoriten zu schminken, beziehungsweise unsere Off-Camera-Jahresfavoriten. Das meiste zeige ich euch ja eh, mal gucken, ob ich da auch irgendwas finde, was ich euch noch nicht gezeigt habe, aber jo, genau, da werde ich mich nachher sehr hübsch fertig machen und habe dann mein festliches zweiter Weihnachtstag-Outfit komplett. Also ich glaube, dass es relativ ersichtlich ist, warum ich diese Produkte, die ich jetzt im Gesicht trage, liebe. Ich habe jetzt nicht mal 40 Minuten gebraucht, inklusive Quatschen, ne? Und ja, fühle mich wohl, fahre jetzt gleich mit euch zusammen auch zu meiner Mama und ihrem Mann und dann werden wir da ein bisschen Weihnachten feiern. Das war's dann mit Weihnachten dieses Jahr. Ja, ja, und so schön Weihnachten auch jedes Jahr ist und sowohl ich mich tatsächlich auch bei meiner Familie fühle, so behütet und so geliebt, so sehr erinnert es mich immer wieder an die Vergangenheit, an Dinge, die mir widerfahren sind, die mir passiert sind. Und das ist ziemlich hart, um ehrlich zu sein, denn in so schönen Momenten sollte man da nicht dran erinnert werden müssen, aber ich wäre das halt. Und es ist tatsächlich auch einfach traurig und es ist falsch, dass jemand, dem Gewalt widerfahren ist und der eigentlich ein Opfer ist, sich schlecht fühlt. Es sollte eher andersrum sein. Es sollte so sein, dass der Täter sich in der Zeit schlecht fühlt und dass das Opfer eigentlich wieder gut durchs Leben gehen kann. Aber das ist halt bei der heutigen Gesellschaft etwas anderes leider und damit muss ich leben. Das ist halt einfach so und es wird halt nie aufhören, dass ich damit konfrontiert werde. Und deswegen bin ich in Therapie, weil gerade an so familiären Geschichten werde ich halt umso mehr damit konfrontiert, weil es halt in der Familie gewesen ist. Und das ist hart. Das ist wirklich hart. Und ich spreche allen, die zuschauen und die das hören jetzt auch einfach ganz viel Liebe aus und ganz viel Kraft. Ihr schafft das. Wir schaffen das. Und wir müssen uns auch nicht verstecken und auch nicht unterkriegen lassen. Das ist halt falsch. Ich bin noch nicht so weit, dass ich da halt irgendwie groß in der Öffentlichkeit drüber reden kann, dass ich euch halt konkret sagen kann, was los ist, was mein Geist der Vergangenheit ist, was meine Bürde ist, die ich so trage in meinem Leben. Seit ich 12, 13 bin, ja, da ist das Mobbing tatsächlich echt noch Pipifax gegen. Aber, ja, es ist halt schade. Immer Weihnachten oder an Hochzeiten in der Familie oder an runden Geburtstagen, natürlich auch an Beerdigungen oder so, dann läuft man sich über den Weg oder man sieht sich irgendwie. Und das ist hart. Das tut mir einfach weh immer wieder. Das ist ein Schwert, was ich ins Herz bekomme. Ein glühendes Schwert. Und deswegen, Weihnachten war schön dieses Jahr. Ich hatte wirklich wundervolle Tage. Und es war das erste Mal, dass ich das halt auch bewusst als Mutter erleben durfte, was ich halt wunderschön fand. Dennoch ist es halt so, jedes Jahr, das wird auch immer so bleiben, dass ich dann halt nach Weihnachten erstmal fertig bin mit der Welt. Weil ich einfach so viel Konfrontation hatte, dass ich da erstmal durchatmen muss, ne. Ja, also, apropos durchatmen. The show must go on. So ist es halt immer in meinem Leben. Also, wenn ich mich immer in mein Schneckenhaus zurückziehen würde, dann würde mein Leben ganz anders aussehen. Deswegen versteht das bitte nicht falsch, wenn ich trotzdem, trotz dessen, dass ich mich dann vielleicht in einer Situation schlecht fühle oder jetzt gerade auch echt mit den Nerven ziemlich klapprig unterwegs bin, mich trotzdem vor die Kamera setze und trotzdem dann gleich zum Beispiel auch mein Aufgebraucht-Video drehen werde. Hier werde ich erst ein bisschen aufräumen, mir ein bisschen was zu trinken machen und ich denke so eine halbe Stunde ungefähr. Jetzt haben wir es 7 Uhr, genau, und wir sind eben erst nach Hause gekommen, Julius hat Essen bekommen, ist ins Bett gegangen. Wir haben ihn ins Bett gebracht, er kann doch nicht ins Bett gehen. Und genau, dann werde ich da halt einfach dadurch, dass ich eben hier meinen Job mache, dass ich halt meine Passion weiterführen darf, mich auch ablenken dürfen. Und auch in Situationen im Leben, wenn es einfach sehr konträr für manche Leute rüberkommt, ist es vollkommen in Ordnung, wenn Leute das machen, was einem guttun. Und ja, genau, und so ein Aufgebraucht-Video ist, glaube ich, eine ganz gute Sache jetzt gerade für mich. Das habe ich mir eben auf dem Rückweg nach Hause nämlich überlegt, dass ich das mache, weil wenn ich mich jetzt irgendwie unten auf die Couch legen würde oder duschen gehen würde oder so, würde ich eh nur nachdenken oder weinen oder sonst irgendwas und das möchte ich gerade einfach nicht. Das ist blöd, ne, dass ich den Vlog jetzt so beende, aber das ist die Realität. Und der Vlog zeigt halt wirklich so meine Art Videotagebuch und wie es halt in mir dann teilweise so aussieht, die Höhen und Tiefen, einfach der Zeit, in der ich halt vlogge. Genau. Und ja, einfach an alle draußen, denen es vielleicht manchmal nicht so gut geht. Schicke ich euch ganz viel Kraft, ganz viel Liebe und ganz, ganz, ganz viel Herzenswärme. Ja, durchhalten, sich therapieren lassen ist tatsächlich auch immer super wichtig, dass man halt auch lernt, damit umzugehen und seinen Alltag trotzdem zu bestreiten. Und ich weiß, dass ich vieles geschafft habe, was viele nicht gedacht hätten, dass das überhaupt möglich ist, nach dem, was halt einfach passiert ist. Und da bin ich halt schon ein Stück weit stolz auf mich, dass ich halt auch die Kraft entwickelt habe oder ja, manchmal auch Härte leider, aber sie dann versuche in Kraft umzuwandeln. Und genau deswegen, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr meinen Vlog geschaut habt, dass ihr mich in meiner Woche inklusive Weihnachten begleitet habt. Und ja, wie gesagt, jetzt wird hier aufgeräumt, dann werde ich gleich das Video drehen und dann ist auch schon wieder relativ spät. Nun, denkt auf jeden Fall an, weiß ich nicht, an glücklich sein, an, denkt daran, euch einfach mal was Gutes zu tun. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz gute Message. Ja, und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.